Es kann nicht laufen, es ist vorbei. Es ist keine rote Lämpchen. Also, das rote Lämpchen ist hinterher. Was gibt es nachher wieder oben? Verdammt! Wir haben inzwischen Stunden, Wochen, Monate, Jahre aufgewandt, um den idealen Shot für unsere Zeta für morgen zu finden. Von wem? Von der Troika. Und wir haben inzwischen etwas herausgefunden, wo wir das Gefühl haben, das tut auch um die Sucke gut. Weil er muss ja noch heimfahren. Totsicher. Pauli, musst du auch noch heimfahren? Totsicher. Nein, mein Auto ist vor den Porten am Morgen. Wenn der Lastwagen kommt mit den Technikern, sie sich aufregen, wieso er das Auto noch hat. und sie das Zeug nach dem Brückenhaus Mittermöi in den Portalen hochdrehen. Jetzt möchte ich von diesen zwei hier noch wissen, ob ihr überhaupt die Autoprüfung habt? Ja, sicher. Ich habe die Autoprüfung, aber ich hoffe, dass sie das Zeug zuerst ins Brückenhaus auftragen und nachher merken, dass es falsch ist. Ich hoffe, dass es Tino einvorkommt. Ich hoffe, dass es Tino einvorkommt. Ich habe zu Bescheidene. Ich hoffe, dass es Tino einvorkommt. Ich möchte ihn fahren. Also, jetzt haben wir zusammen. Und wie heisst das Getränk? Uuuuuh! Puppes Gemsch. Puppes Gemsch. Puppes Gemsch. Puppes Gemsch.